Du bist Orthopädie-Technikermeister und bereit für die nächste Karrierestufe? Dann haben wir bei APT-Prothesen genau die richtige Chance für dich. APT bedeutet a perfect team und wir haben uns ausschließlich auf die Betreuung und die Versorgung amputierter Menschen spezialisiert. Was noch alles hinter APT steckt, zeigen wir dir jetzt. Bei APT findest du keine Schachtelorthopädie und somit auch keine Vorortenakquisen. Wir lieben es, unsere Kunden zu begeistern und echte Lebensqualität zurückzugeben. Als Betriebsleiter muss man auf jeden Fall schauen, dass man auch Spaß an der Organisation hat, an der Tagesplanung, auch der Organisation von Mitarbeitern, um eben da einen reibungslosen Ablauf zu gestalten. Der Schlüssel zu der erfolgreichen Umsetzung der APT-Philosophie sind unsere Mitarbeiter. Deswegen tun wir alles dafür, dass sich unsere Mitarbeiter für unser Unternehmen und ihren Job selbst begeistern. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich über den Link unter dem Video in nur 60 Sekunden. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich über die Betreuung.